Hallo und herzlich willkommen zu den Nickel-Nagel-Neuesten-Ausgaben der Filmkritiken bei eurem Tele-Stammtisch. Der deutschsprachige Audio-Podcast, der so ziemlich alle Kinostarts bespricht, die in Deutschland ins Kino kommen. Und das sind auch jetzt in dieser, sagen wir mal, Übergangsphase doch eine ganze Menge. Klar, es werden jede Menge Blockbuster abgesagt. Und wenn man sich mal in den Staaten die Anzahl der Todesfälle oder zumindest die der Infektionsfälle anschaut, dann werden da so schnell auch keine größeren US-amerikanischen Filme in unseren Kinos starten, weil sich das ja dann schon irgendwie auch immer ein bisschen bedingt. Aber es gibt halt eine Menge, Menge, Menge Content, eine Menge Filme, die da jetzt auf euch warten in diesen Kinosälen der Republik, zumindest in denen, die aufhaben. Einer der neuen Filme, auf die ihr euch freuen könnt, ist der Film Sybille. Von dem weiß ich nicht viel, außer dass er, glaube ich, französisch ist und die Bewertungen sehr, 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 sehr durchwachsen sind. Das ist ein Film, den hat sich, glaube ich, der Max schon vor einer halben Ewigkeit in der Presseverfügung anschauen können. Denn das ist auch wieder so ein Film, der bereits mehrfach verschoben worden ist. Und der Stu war ebenfalls mit Teil dieser Besprechung. Ich weiß gar nicht so genau, ob er den selbst auch gesehen hat oder ihm nur ein paar Fragen dazu stellt. Nichts genaues weiß ich nicht. Hört besser also selbst rein. Im Anschluss gibt es die Besprechung zu dem deutschen Film Into the Beat. Und das ist ein Tanzfilm, ein Teenie-Tanzfilm. Und wer bespricht Teenie-Tanzfilme bei uns? Ganz klar, das machen Sven und Sam. Ich glaube, hier war es so, dass der Sven den Film als Pressescreener sichten konnte und der Sam dazu ein paar Fragen gestellt hat. Zu guter Letzt dann die Besprechung des Films Wir Eltern. Und das ist meines Wissens eine Schweizer Komödie, die sich letztlich ja um Fragen des Elternseins dreht, um realistische Ansätze davon. Und ich glaube, das ist ein wirklich interessanter Film. Nichts genaues weiß ich nicht im Gegensatz zu Sam und Matthias. Die beiden haben den Film auch schon vor einer halben Ewigkeit gesichtet und für euch besprochen. Und nun ist endlich der große Moment gekommen, wo ihr diese Besprechung bei euch im Podcatcher empfangen könnt. Herzlichen Glückwunsch. Leute, es ist immer so ein Ding mit diesem Podcast. Man freut sich eigentlich irgendwie so ein bisschen über jeden, der mal irgendwie schreibt, der einfach Feedback hinterlässt und sagt, okay, hier, die Besprechung Y fand ich auch geil. Oder folgende Film habe ich gesehen. Habt ihr da schon eine Besprechung gemacht oder wollt ihr eine machen? Und viele weitere dieser Fragen und Anregungen würden wir gern von euch bekommen wollen. Ihr könnt also Feedback hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload. Genauso auch im Blog unter tele-stammtisch.de. Denn auch da gibt es eine Kommentarfunktion, die ihr gern mal nutzen könnt. Ihr könnt uns auf Social-Media-Plattformen teilen. Ihr könnt uns bewerten. Facebook, Facebook, Google.de, Podcast.de und keine Ahnung. Beim nächsten Kaffee klatschen mit der Oma. Auch die muss unbedingt von uns erfahren. Das ist es, was uns hilft. Denn nur so kriegen wir neue Leute mit ins Boot, die vielleicht auch mal daran teilnehmen hier beim Tele-Stammtisch. Oder aber einfach mal zuhören. Und zuhören ist auch voll gut, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen eine Weiterbildung ist bei uns. Oder jetzt mal ehrlich, seid ihr euch sicher, dass ihr in vielen anderen Podcasts eine Besprechung zu Wir Eltern bekommen werdet? Oder zu Into the Beat? Das sind Filme, die glaube ich in unserer kleinen Twitter-Filmblase zum Beispiel oder auch sonst in den Gruppen und ja in den Personenkreisen, die wir unterwegs sind. Ich glaube, das sind also Filme, die gehen da unter. Und insofern würde es mich freuen, mal was von euch zu hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch. Zur Besprechung des Films Sibyl. Therapie zwecklos. Hat eine Laufzeit von ca. 100 Minuten und die FSK ist zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Und es ist die Regiearbeit einer gewissen Justine Triet. Die hat vorher unter anderem gedreht Viktoria, Männer und andere Missgeschicke. Und die Hauptrollen haben Virgin, Efira, Adèle, Exarchopoulos und Gaspar Ollier. Ja, es tut mir leid, liebe Franzosen. Ich kann das nicht mit euren Namen. Mir liegen die deutschen Namen besser, wie zum Beispiel Max. Hallo Max. Hallo, ist du. Grüß dich. Ja, Mensch, Max. Es ist sehr gut, dass du hier bist, denn ich habe den Film nicht gesehen. Oh, Mensch, da kann ich dir vielleicht helfen, du. Ich komme nämlich gerade aus der Pressevorführung. Ganz frisch. Mensch, Mensch, das wäre ein Zufall. Das ist ja toll. Weißt du, um was es in dem Film geht? Nee, überhaupt nicht. Um Sibyl. Wirklich? Ja. Geht es da auch irgendwie um Therapie und dass sie zwecklos ist? Ja, ich weiß aber nicht, in welcher Hinsicht sie zwecklos ist, denn Sibyl ist die Hauptfigur und sie ist Psychotherapeutin. Und sie beschließt nach zehn Jahren, Mensch, ich bin jetzt genug Psychotherapeutin gewesen, ich mache jetzt einen Roman. Setzt sich hin, merkt scheiße Schreibblockade und, ja, was jetzt? Was glaubst du, was sie macht? Sie, ja. Es ist ein Franzosenfilm, also wird sie wahrscheinlich irgendwie über das Leben sinnieren und einen netten Typen kennenlernen und dann zum Schluss wird alles gut. Und fünf Millionen Zuschauer in Frankreich sind glücklich. Okay, wunderbar. Ist fast richtig. Es kommt die nette Margot telefonisch zu ihr und sagt, sie ist unglaublich verzweifelt und sie muss sie unbedingt sprechen und Sibyl meint, nein, sie nimmt keine Patienten mehr an und Margot meint, doch, du musst mir bei einer Entscheidung helfen. Und dann treffen sie sich und Sibyl erfährt von Margot, dass Margot eine Schauspielerin ist, die von einem ihrer sehr bekannten Kollegen schwanger ist. Und sie möchte das Kind abtreiben lassen und braucht dazu jetzt eine Entscheidungshilfe. Und Sibyl als vernünftige Therapeutin hilft ihr natürlich nicht, indem sie sagt, nö, lass nicht abtreiben oder treib ab, sondern sie nutzt Margot's Dilemma und schreibt den Roman über Margot's Dilemma. Und ja, das ist der Film. Der endet dann mit dem Abspann. Ah, interessant. Ja, diese Franzosen, die haben es echt drauf. Die und ihre Abspände, Wahnsinn. Ich habe vor zehn Minuten das erste Mal von dem Film gehört. Wunderbar. Ja, und habe dann so grob die Fakten zusammengetragen und habe auch so ein Filmplakat gesehen und alles schrie danach, dass es so einer dieser Filme ist, die halt in Deutschland beworben werden mit dem Slogan Die neue Erfolgskomödie aus Frankreich. Ja, also das ist ja immer so eine Art Warnsignal, finde ich. Ja. Jetzt hast du aber so gesagt, so Therapie und Abtreibung klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so lustig. Also das ist jetzt... Ist es eine Komödie? Ja, es ist eine Komödie. Es ist aber eher eine Komödie im Stile von Tony Erdmann oder anderen intelligenten Komödien. Also da ist nichts, wo jemand in Hundescheiße tritt und drauf ausrutscht, sondern da ist ganz viel Tiefgang. Eigentlich geht es im Grunde genommen wirklich nur um diese Person Sibylle, wie sie sich durch ihre Entscheidungen immer mehr in eine Art Nervenzusammenbruch reinreitet. Sibylle, muss man auch wissen, sie ist trockene Alkoholikerin und hat auch in ihrer Vergangenheit ein paar Männerprobleme gehabt, die dann immer wieder in Rückblenden gezeigt werden. Hat auch eine Tochter von einem ihrer früheren Liebhaber. Also es wirkt am Anfang wie ein Drama. Dann kommt irgendwann mal so im letzten Drittel so eine Art, ich würde jetzt sagen, es ist schon ein Twist, weil sich Figuren sehr, sehr eigenartig verhalten und Sibylle dadurch in eine Rolle drängen, von der es zu Beginn überhaupt nicht weiß, dass es überhaupt so weit kommen könnte. Und da beginnt dann der Film auch umzuschwenken von so einem etwas dramatischeren Ton hin zu einem komödiantischeren. Und am Ende wird er dann wieder extrem dramatisch. Also es ist eigentlich wie das Leben. Schön gesagt. Und hat dir dieses Leben gefallen? Also ich würde es nicht führen wollen. Okay. Sagen wir es mal so. Aber so auf der Leinwand dem Leben zuzugucken, doch durchaus. Also es hat mich sehr gut unterhalten. Und das ist ja manchmal auch ein Qualitätsmerkmal. Hat denn der Film inszenatorisch Besonderheiten oder ist der eher, sag ich mal, klassisch inszeniert? Das ist so ein, ja, wie wenn man jetzt ein klassisches Gericht hätte, ja, und du würdest so ein, zwei kleine, außergewöhnliche Gewürze mit dran machen. Ich fand den Schnitt zum Beispiel extrem ungewöhnlich an manchen Stellen, weil durch den Schnitt die, also es war oft so, du hast manchmal nicht so wirklich gewusst, an welchem Zeitpunkt und an welchem Ort du dich gerade befindest, weil der Schnitt kein Problem damit hatte, komplett zwischen den Zeiten und Orten zu springen und das auch relativ schnell in der Abfolge. Und jetzt meint man, okay, klingt jetzt ein bisschen nach, keine Ahnung, Michael Bay oder jemandem, der es schneiden nicht kann. Nee, in dem Fall war es ein ganz guter Kniff, denn dadurch ist man immer mehr in diese Figur der Sibyl reingekommen und in ihre Verwirrtheit, in ihre prä-nervenzusammenbrüchliche Situation. Und das war sehr gut. Würde ich sagen, wenn es ein Gewürz gab, dann der Schnitt. Oder auch der Score. Der Score war sehr gut und hat mich streckenweise auch vom Stil her erinnert an Eyes Wide Shut. Oh. Ja. Aber die tragen da keine Masken, oder? Nee, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob da eine Maske getragen wird. Nee, aber im Prinzip, es geht ja auch um Schauspieler und die tragen ja immer Masken. Das ist sehr schön und das bringt mich jetzt zu einer Überleitung. Wie war es denn darstellerisch? Ich meine, der Film heißt ja wie die Hauptfigur. Das heißt, normalerweise ist einiges gefordert wird von der Hauptdarstellerin. Ist das diese Virginie Efira? Ja, die liefert auch ganz gut ab, muss ich sagen. Also, die trägt den Film und kriegt dafür auch von mir ein Fleißsternchen. Dann haben wir die ganzen Nebenfiguren, die ihr mehr oder weniger dazu verhelfen, ihren Nervenzusammenbruch auch ordentlich zu bekommen. Unter anderem Adel Echnaton, keine Ahnung, wie sie heißt. Die man unter anderem aus Blau ist eine warme Farbe kennt. Genau, ja. Die Figur ist dazu da, dem Zuschauer zu nerven und auch Sibyl zu nerven. Und das macht sie hervorragend, denn ich weiß nicht, ich glaube 90 Prozent der Zeit ist sie einfach bloß in Tränen aufgelöst, schniefend, nach Luft japsend und ja, selbst komplett am Rande der Verzweiflung. Gaspar Ulliel spielt den Schauspieler, der bei dem Filmdreh der große Star ist und auch Margot geschwängert hat. Ja, der macht seine Sache solide, schaut oft ein bisschen betröppelt und auch oft sehr gut aus, damit man auch verstehen kann, okay, der ist seine Liebschaften, hat er nicht umsonst bekommen. Und es spielt ja auch Sandra Hüller mit. Und Sandra Hüller spielt eine sehr hysterische deutsche Regisseurin, die mit diesem Gaspar Ulliel, der Igor heißt, vorher zusammen war, beziehungsweise immer noch zusammen ist und diese Affäre von Igor mit Margot dafür nutzen will, dass der Film, den sie drehen, ja, möglichst authentisch ist, weil es wird, es ist eine romantische, ja, Verstrickung, ein Romantik-Thriller, irgendwas in der Art. Also gibt es da auch sozusagen so dieses alte, diesen alten Film im Film? Das ist ein Film im Film, ja, da gibt es sogar am Ende eine supertolle Szene, wo man als Zuschauer mehr oder weniger den Abspann des Films im Film sieht und das haben die so gut gemacht, dass man eigentlich im Grunde genommen danach erwarten würde, dass dann auch der Film endet. Kann er aber nicht, weil der Film dann so enden würde wie Midsommar oder Porträt einer jungen Frau in Flammen. Was jetzt, finde ich, jetzt nicht das Schlechteste ist. Nicht das Schlechteste, aber dann hätte ich das praktisch innerhalb eines Jahres dreimal das gleiche Ende gesehen. Deswegen haben sie auf mich geachtet und auf mich gehört und gesagt, nee, den Film lassen wir dann noch zehn Minuten weitergehen. Okay. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Also am Anfang dachte ich halt so typische Frankreich-Komödie, die ich nicht gucken werde und nicht gucken will und jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig, das klingt nämlich durchaus interessant. Gibt es denn eine Art von Zuschauer, wo du sagst, die sollten sich diesen Film auf jeden Fall ansehen? Also wenn man von 0815 Stories ein bisschen gelangweilt ist, sollte man den auf jeden Fall sehen. Der ist kein Genre-typischer Film. Also der vereint sehr viele verschiedene Kleinigkeiten miteinander. Leute, die, ich glaube, ich habe Lara nicht gesehen, aber ich habe in der Pressevorführung ein bisschen mitbekommen, dass Leute den danach mit Lara verglichen haben. Okay, jetzt muss ich gucken, weil ich fand Lara großartig. Ja, deswegen, also ich glaube, Leute, die per se einer Frau beim Durchdrehen gern zugucken, oder überhaupt einer Person beim Durchdrehen gern zugucken auf der Leinwand, die werden da sehr unterhalten werden. Und ich glaube, vielleicht auch Leute des etwas besonderen französischen Kinos oder auch Leute, die gern Toni Erdmann mögen oder auch Leute, die vielleicht die früheren Almodovar gern mögen. Ja, die würde ich da alle reinschicken. Das ist ja, das sind ja Superlative an Superlative gereiht. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, dass der Film wahrscheinlich nicht ganz an diese Meisterwerke rankommt. Ich fand ihn, er hat, also was die Schwächen angeht, ein paar Längen drin. Die kommen ganz einfach, glaube ich, daher, dass das Drehbuch nicht so ganz gnädig mit der Hauptfigur sein wollte. Also es gibt ein paar so Stellen, wo du dir denkst, okay, da musst du das jetzt auch noch durchmachen. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer ein Problem haben wird mit diesem, was ich schon als Twist angesprochen habe. Denn das ist dann schon sehr absurd, was passiert. Und vor allem die Leute, die dann kommen mit, das ist überhaupt nicht realistisch mit dieser Realitätskeule. Da kannst du dem Film auch kommen und sie ihm drüber braten. Sogar zu Recht. Aber im eigenen Universum macht es dann natürlich wieder Sinn. Okay. Gut. Hast du sonst noch etwas, was du zu Sibyl-Therapie zwecklos loswerden möchtest? Ja, dass ich vielleicht den Untertitel wieder mal wegnehmen würde. Nein, der heißt jetzt so. Der heißt jetzt so, okay. Im Englischen, glaube ich, oder in Cannes hieß er dann auch irgendwas mit Nervous Break oder A Woman on the Verge of a Nervous Breakdown oder sowas. Also. Also ich finde Sibyl oder Sibyl, Sibyl, Therapie zwecklos ist ein super Titel. Ja, ist Therapie zweck. Ja, wird vielleicht den ein oder anderen falschen Eindruck geben. Aber keine Ahnung. Es wird auch nackte Haut gezeigt. Also schätze ich mal, dass der eine FSK von 16 bekommen wird. Wie gesagt, sie ist noch nicht draußen. Wir nehmen das ja relativ, also die PVs waren relativ früh. Wir haben jetzt den 23. Januar und der startet ja am 2. April. Also mal gucken, du sagst ab 16, ich sag einfach ab 12, weil ich es kann. Okay, dann machen wir 14 draus. Super, das ist ein guter Deal. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, Max, danke, aber ich bräuchte noch dein Fazit. Du kannst geben 0 bis 5, ja komm, zwecklose Therapien. Okay, also ich ziehe wegen den Längen und so ein, zwei Story löchernden Punkt ab und dann gibt es noch einen halben Punkt weg, weil es doch die ein oder andere Darstellung von derart hysterischen Verhaltensweisen gab es schon mal besser oder hat mir schon mal besser gefallen. Aber alles in allem gibt es dann von mir 3,5. Das ist doch recht ordentlich. Ja. Und ist aber also näher an einer 4 als an einer 3. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Therapeutiestunde wieder. Ja. Ja, machen Sie bitte Ihre Übungen, Herr Rauscher. Okay, ich habe hier alles schon bereit liegen. Alles klar. Und dann verabschiede ich mich. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin's wieder, euer Sam und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Ich habe heute den Sven bei mir. Hallo Sven. Hallo. Und der Sven hat sich einen Film angeschaut, ich leider nicht, und zwar Into the Beat. Dein Herz tanzt. Der erscheint am 16. Juli im Kino. Geht eine Stunde, 38 Minuten, soll ein Familiendrama sein, aber das wirst du uns mit dir gleich erklären. Ist ein deutscher Film von Stefan Westerwelle und spielt mit Alexandra Pfeiffer, Jalani Marschner und Tristan Pütter. So Sven, ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen musst du mir jetzt erklären, um was es denn geht. Okay, also es ist kein Drama, es ist ein Tanzfilm. Okay. Wir haben den gleichen Drama-Element, egal. Also, wir hätten hier Katja. Katja ist eine Ballerina, die versucht ein Stipendium an der berühmten New Yorker Ballerina Academy zu bekommen. Ihre Eltern waren, also die Mutter ist gestorben und ihr Vater ist auch ein berühmter Balletttänzer, der nach einem Unfall gehandicapt ist. Ziemlich frustriert fährt sie deswegen abends dann mit dem Fahrrad durch die Gegend, die Kette reist und dann bekommt sie Hilfe von einem Mädchen, der sie auch gleich noch einlädt, ihr Fahrrad dort reparieren zu lassen und zwar im Battleland. Battleland ist eine alte Fabrik, wo sich die Street Dance Community trifft, um dort halt Moves und sonst was zu lernen. Wie es dann halt so ist, sie kommt rein, verliebt sich dort in Marlon und gerät immer tiefer in einen Sumpf aus Dirty Rhymes und Moves. Genau. Doch dann ist es, wie es immer ist. Irgendwann muss sie sich entscheiden. Entweder Street Dance oder Ballerina. Okay, das hört sich für mich an, so ein bisschen nach einem Coming-of-Age-Film, wenn du schon sagst, es ist ein junges Mädchen. Ja, die ist 15. 15, ja, okay. Also sie muss sich praktisch noch selbst finden, was sie wirklich selbst will oder ob sie das, was ihre Eltern bzw. ihr Vater von ihr verlangt macht. Genau. Okay. Was ist jetzt der Unterschied zwischen anderen Tanzfilmen? Gut, es ist eine deutsche Produktion, klar, aber man kennt ja zum Beispiel Save the Last Dance, Step Up, Street Rance und Honey und wie die ganzen Tanzfilme heißen, die sind ja im Prinzip, so wie ich jetzt das verstanden habe, das Gleiche. Richtig. Ja, es ist einfach nur eine deutsche Fassung davon. Es ist genauso vorhersehbar wie die anderen Tanzfilme auch. Also es ist kein neuer Dirty Dancing. Da muss ich dich leider enttäuschen. Okay. Ja, spielt in dem Film nur das Tanzen, also Tanzen gleich ist ja ein Tanzfilm, aber ist da auch noch so ein bisschen Liebe zwischen den zwei zu spüren oder ist es wirklich nur, okay, sie interessiert sich halt, weil er das ihr beibringt für den Tanz? Ja, ja, nein, sie verlieben sich. Sie verlieben sich. Es gibt dann etwas Liebe, etwas Herzschmerz und ja. Deswegen wahrscheinlich der Untertitel Dein Herz tanzt. Tanzt. Genau. Das erinnert mich übrigens an das eine Lied von Mia, die Moleküle tanzen. Dein Herz tanzt. Nein, egal, anderes Thema. Ja, wie war denn die Musikauswahl oder auch Tonal, der Film an sich? Weil wenn es ein deutscher Film ist, hat er damit keine Nachsynchronisation bekommen? Nein. Vermute ich mal. Nein, es sind alles deutsche Schauspieler, die ihre Sache auch gut machen. Die Musik passt zum Film. Gott sei Dank haben sie teilweise wirklich einen Rap genommen und keinen anderen Blödsinn. Man merkt, dass die Moves, also die sind gut gemacht. Die Tänze sehen spektakulär aus, wenn auch nicht so spektakulär, so wie in den Sachen, was du halt vorher genannt hast. Also wenn ich mir hier so Step Up oder Street Dance angucke, sind die Moves da schon krasser. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt schmäle, was da die Charaktere wirklich zeigen, weil das ist schon sehr, sehr gut. Ich kann zwar auch einen guten Roboter, aber so gut nicht so gut wie die. Nein. Also das ist wirklich schon auf hohem Niveau, was sie da zeigen. Okay. Und die zwei Hauptdarsteller tragen den Film gut? Die tragen den Film sogar, also die tragen den Film wirklich gut. Auch wenn mir bei beiden so ein bisschen, ja, ein bisschen was gefehlt hat, umso stärker, umso stärker in die Charaktere, die sich weiterentwickeln. Es geht bis zu einem gewissen Punkt und dann werden einfach diese Klischees abgeklopft, die man in jedem Tanzfilm hat. Sie will nicht und bla und dann will sie doch wieder und das behindert so ein bisschen das Schauspiel der beiden, weil die beiden gar nicht schlecht sind. Okay. Ja, ich bin ehrlich, ich muss immer sagen, bei deutschen Filmen diese schauspielerische, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich finde diese Überschauspielerische, also dieses Übertriebene bei den deutschen Filmen, stört mich manchmal. Ja, du weißt, was ich meine, wenn so, oh nein, er stirbt jetzt demnächst und ich muss das Blit ertragen. So, weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich habe mit deutschen Filmen, muss ich zugeben, auch meine Probleme. Es gibt nur sehr wenige, die ich gut finde, aber der ist okay, den kann man sich ruhig mal angucken. Also wenn man nicht wüsste, dass der aus Deutschland kommt, würde man das auch nicht wirklich, außer der Synchronisation natürlich, würde man das nicht so merken? Nee, nee, weil er schon, er ist schön gedreht, die Musik hat Bums, das Einzige, was kein Bums hat und das ist ein Kritikpunkt, den ich wirklich habe und den ich, das mir auch, das mir auch ein bisschen den Spaß verdorben hat, ist diese Tanzfilme, so auch Step Up und hier zielen ja immer auf ein gewisses Finale hin. Ja. Das ist in diesem Film auch, aber das Finale ist mir da einfach, das hat nicht genug Power. Okay. Das ist das Einzige, was ich so wirklich so ein bisschen kritisiert habe, wo ich gedacht habe, oh schade, da hätte da nochmal echt mehr draus machen können. Also da fehlt der Binford 3000 mehr Power. Genau, der fehlt da. Okay. Hm, ich hatte gerade noch eine Frage, ah ja, wegen der Musik. Musik, du hattest gesagt, die Musikauswahl ist gut, ich hoffe, natürlich in dem Hip-Hop-Bereich, dass wir jetzt nicht deutsche Hip-Hopper hören wie, oh Gott, ich kenne Capital Bra zum Beispiel oder so, sondern dass es schon näher in dieses Amerikanische rüber geht, oder? Ja, ist Ami-Rap, ja. Ami-Rap. Es sind zwar nur ein paar Lieder, aber es ist, der Beat passt, die Tänze passen, die ja auch von den Flying Steps choreografiert worden sind, eine große Tanzschule in Berlin. Ja. Und da sieht man schon den Einfluss, aber es ist kein deutscher Rap, keine Panik. Okay, gut. Jetzt, hast du noch irgendwas anzumerken? Nee. So, würdest du irgendwie was herausheben oder würdest du den Film bestimmte Parteien, oder würdest du sagen, erst so für Kinder von 10 bis 16 oder schon auch für Erwachsene, oder ist das ein Familienfilm, wo man auch mit Kindern gucken kann als Erwachsener? Ja, nix. Ja. Ja, wo würdest du so den Film einstufen? Ja, also ab 10 auf jeden Fall. Ab 10. Ich weiß nicht, ob sich die Älteren 16, also ab 16 bis aufwärts, ob sie sich da nicht ein bisschen langweilen, weil es passiert nichts wirklich Dramatisches, wo man sagt irgendwie auch, dass kleine Kinder etwas, oh Gottes Willen, überlebt sie. Naja, weil ich gerade sehe, der Film ist ab 0 Jahren. Ja. Deswegen habe ich jetzt gefragt, ist das schon für Kleinkinder gedacht? Nee, also mit 6 würde ich da nicht rein, also 10, 9, 10, je nachdem, ist schon ein gutes Einstiegsalter. Der wird auch seine Zielgruppe definitiv erreichen und wie gesagt, also die zwei Hauptdarsteller haben das gut getragen. Gut. Eins ist mir noch aufgefallen im Trailer. Ja, und zwar ist im Trailer, wie gesagt, nur den Trailer habe ich gesehen, ist der sehr lustig ausgelegt. Wie ist denn der im Film, der Humor, ist der eher so ein störender Faktor? Weil, ist das jetzt ein Spoiler, wenn man den Trailer sieht, sieht man es ja eh, was ich gesehen habe. Also, es gibt diese Szene, wo der zu dem Jungs sagt, lass dich fallen, ich fange dich, bla 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 und dann los. Und dann lässt er sich nach vorne fallen statt nach hinten. Genau. Und ich denke so, okay, den Witz hat man jetzt schon tausendmal gesehen, ich fand es jetzt nicht lustig. Also, ich konnte in dem Moment nicht lachen. Ich habe lacht. Ja? Okay. Ja. Gut, ich bin noch leicht zu erheitern. Ja, ich weiß, was du meinst, aber keine Panik. Die beiden tauchen zwar immer wieder mal auf und lockern das Ganze ein bisschen auf, aber es ist nicht dominant. Es ist nichts zum, dass man jetzt da alle zwei Minuten hier irgendwelche Gassenhauer sieht, sondern es ist wohldosiert. Es sind so zwei, drei kleine Sachen und dann ist es auch wieder gut. Also, es ist keine Komöde. Alles klar. Gut, dann noch ein kleines Fazit von dir und dann würde ich sagen, machst du eine Bewertung. Wir vergeben heute Ballerinas. Oder willst du lieber Hip-Hop-Schuhe? Nee, nee, jetzt bleibe ich bei der Ballerinas. Ballerinas, okay. Bitteschön. Okay, ja. Ballerinaschuhe würde ich geben drei von fünf. Es ist solide Unterhaltung, es ist gute Unterhaltung. Man hat zwar alles gefühlt schon tausendmal gesehen, aber für die Zielgruppe ist das definitiv was, was man sich angucken kann, auch im Kino. Also, eigentlich so ein Mittelding. Ja. Gut. Okay, da warst du schon, Sven. Hat mich sehr gefreut wieder mit dir. Gleichfalls. Und den Zuhörern, wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ob ihr auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer ihr gerade zuhört, bitte ein Like da lassen oder auch einen Kommentar, damit wir uns verbessern können oder auch damit wir überhaupt uns weiterentwickeln können, so wie ein Pokémon. Und das würde uns halt sehr freuen. Oder, Sven? Jawohl. Jawohl. In dieser Szene wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Dir auch noch, Sven. Und bis dann. Gleichfalls. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo aus dem gegenwärtigen Kino-Lockdown an euch da draußen. Es freut uns sehr, heute im Rahmen des Tele-Stammtischs euch einen weiteren Film präsentieren zu dürfen, der in Kürze hoffentlich auch wieder physisch bei euch vor Ort in den Kinos zu erleben. Sein wird. Wir, das sind... Naja, ich, Sam. Und ich, Matthias. Und es freut uns, einen ganz besonderen Film oder auch einen sehr passenden Film zur heutigen Zeit zu besprechen. Das Thema ist nämlich eins, was die meisten von euch kennen, nämlich das der Family, der Familie. Und ein spannender Ausgangspunkt für den Podcast, finde ich zumindest, ist eine der Thesen, die der Film mal in den Raum stellt. Nämlich die Kleinfamilie ist heute hoffnungslos überfordert. Und ich fand, das ist ja was, an das sich gerade viele auch zur Zeit der Corona-Pandemie erinnert fühlen, wo es ja auch immer darum geht, wie man jetzt als Familie auf engstem Raum zusammen, ja, zusammen oder fast schon eingesperrt ist. Der Film heißt Wir Eltern, also ein relativ kurzer Titel und ist von Erik Bergkraut und Ruth Schweikert. Und auch wenn der Film sagt, alle im Film dargestellten Figuren sind frei erfunden, ist eigentlich schon das ganze Setting was, über das man sehr lange reden könnte. Nämlich da die Familie wirklich auch im echten Leben überwiegend eine Familie ist oder sehr stark an dem Film beteiligt ist. Die beiden Eltern haben den Film zusammen geschrieben, beziehungsweise die Regie gespielt. Und der Vater spielt zusammen mit seinen echten drei Söhnen die tragenden Rollen des Filmes. Neben der Mutter, die von Elisabeth Niederer gespielt wird. Genau. Vielleicht, bevor wir zur eigentlichen Diskussion des Films kommen, ein paar Hard Facts. Der Film feierte auf dem Locano Film Festival 2019 Premiere und wird hier aber erst am 16. Juli 2020 in die Kinos kommen. Unter anderem deswegen, weil der Film in der Schweiz, der Film ist ein Schweizer, ist eine Schweizer Produktion. Und wie es so ist, damit es die Dutschen verstehen, muss man es synchronisieren. Und wir haben für euch jetzt auch tatsächlich die Originalfassung, also auf Schweizerdeutsch. Mit Untertiteln angeguckt und werden daraus berichten. Der Film geht 94 Minuten und ist freigegeben ab sechs Jahren. Und wurde auch teils durch Crowdfunding finanziert. We make it, das fand ich noch ganz interessant. Und vielleicht einfach als Background, bevor wir zur Handlung kommen, vielleicht magst du, Sam, da dann einsteigen. Der Film wurde auch in nur 15 Drehtagen produziert. Ich glaube, das ist was, was man als Hintergrundinformation vielleicht auch so für sich mitnehmen kann. Aber vielleicht magst du zum Familiendrama sozusagen den Einstieg in die Handlung geben. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar geht es in dieser Dokumentation Film, weil das finde ich sehr interessant gemacht. Es ist gleichzeitig eigentlich ein Film über eine Familie und gleichzeitig auch eine Dokumentation. Aber da kommen wir gleich dazu. Und zwar geht es hier um ein Leben als eine kleine Familie. Und zwar sind es drei Söhne, wie du schon gesagt hast, Mutter und Vater. Die zwei größten Söhne, die sind schon in dem Alter von 20, 21 oder 25 sogar schon. Ist egal. Jedenfalls zeigt dieser Film halt das Zusammenleben zwischen diesen fünf Personen. Der kleinste, der ist irgendwie um die sieben, acht Jahre und ist halt das Küken. Und benimmt sich eigentlich auch noch dementsprechend den Eltern befehligend. Also die Eltern sagen euch zu, du machst das und das. Und der kleine befolgt noch. Die Großen allerdings, die sind nämlich schon so alt, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Und das ist im Prinzip die Handlung von diesem Film. Ganz genau. Also im Grunde geht es um rebellierende Kinder und alle Dramen, die sich so in der Familie abspielen können, würde ich sagen. Also wir haben die kiffenden, spätpubertierenden Teenager, die zwei Zwillingssöhne, wie du gesagt hast. Und wir haben Eltern, wo auch zum Teil sehr ernste Themen, finde ich, immer wieder angesprochen werden. Also zum Beispiel die Frage von Sexualität im fortgeschrittenen Lebensalter, finde ich, streift der Film. Aber letztlich gucken wir wirklich über 90 Minuten der Familie beim Leben und ich würde sagen, zu großen Teilen beim Scheitern zu. Ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest. Genau so habe ich das nämlich auch empfunden. Das Ding an dem Film ist nämlich die Sache, dass, wie ich schon am Anfang gesagt habe, er wird aufgesplittet in Film und Dokumentation. Und man sieht, ich sage mal, eine geschlagene 20 Minuten, halbe Stunde das Familienleben, wo ein Grundkerenthema besteht, wie zum Beispiel die Kinder leben zu lang bei den Eltern, dann wird ein Schnitt gemacht. Dann sieht man einen Professor oder einen Psychotherapeuten, der dann erklärt, wie das ist, dass zum Beispiel die Kinder früher, wesentlich früher aus dem Haus gegangen sind als heutzutage. Die Kinder bleiben heutzutage viel länger zu Hause. Dementsprechend staut sich das dann auch an gegenseitig, weil die älteren Kinder natürlich ihr eigenes Leben haben wollen, aber gleichzeitig noch gebunden sind an die Regeln von den Eltern, die noch da zu Hause wohnen. Und dann sieht man wieder ein weiteres Stück Film, wie es zum Beispiel, da geht es dann, also es sind mehrere Themen, es geht um Vorwürfe, es geht um Materialien, es geht um, wie du auch schon gesagt hast, um das Sexualleben ein bisschen. Und das umfasst dieser Film-Doku im Prinzip. Und ich finde es spannend, was du sagst, also weil es ist ja auf jeden Fall, also es ist dieses Wechselspiel aus Spielfilmen und Dokumentation eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal wusste man auch gar nicht, auf welcher Ebene man sich jetzt gerade sozusagen befindet. Also spannend an dem Film finde ich, das hast du, glaube ich, gerade auch angesprochen, diese, es gibt immer so Einschübe, wo Expertinnen auch sprechen, also Familientherapeuten oder auch so eine bekannte Schweizer Journalistin und so. Und die werden so mit Zitaten gebracht, auch regelmäßig. Und da sind dann halt so Punkte wie zum Beispiel, heute ist der Mangel der Jugend, dass sie keinen Mangel kennt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Fand ich vor dem Hintergrund spannend. Wir befinden uns in Zürich. Zürich ist eine Stadt des Geldes. Die Schweizer Großbanken sind da sehr präsent. Und im Grunde werden die Kinder letztlich auch so ein bisschen als verwahrlost im Wohlstand dargestellt. Also sie kriegen von dem Großvater 80.000 Schweizer Franken. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber das ist auch in der Schweiz eine ganze Menge Geld, vielleicht so 50.000, 60.000 Euro. Oder nee, ich weiß den Kurs nicht. Ich kenne den Kurs auch nicht, aber im Prinzip, man merkt schon an den Reaktionen, genau. 1, 2 war ja mal, es sind glaube ich eher 100.000. Es sind 100.000 Euro, aber ist auch egal, sie kriegen viel Geld. Und ich fand das interessant, wenn man sich so fragt, auch aus welcher Sicht dieser Film eigentlich gedreht ist. Weil die Eltern, klar spielt da jeder nicht sich selbst, sondern die treten als Schauspieler auf. Aber das fand ich ein interessantes Setting und auch ein Setting, was ich so noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Dass eine eigene Familie sich selbst fiktional sozusagen als Film darstellt. Also, ja. Die rennen durch die Wohnung und ballern sich mit Luftpistolen ab. Und der Vater steigt dann mit ein, weil er einfach spielen will mit seinen Jungs. Und dann gibt es ja einen, ich weiß gar nicht, war das ein Sozialarbeiter oder ein Hauswirt, der da ein bisschen strenger immer die Geschehnisse im Haus beobachtet hat. Konnte ich jetzt gar nicht so deuten. Ja, ich glaube auch, das war so der Vermieter oder der Immobiliebesitzer, war so mein Eindruck. Aber, also, ja, nee, die haben es weiterverkauft, ne? Ich weiß es auch nicht oder so. Ja, der hatte, auf jeden Fall ist der immer wieder in das Private eingedrungen, ne? Ist mir auch aufgefallen. Aber ich fand auch wirklich sehr spannend, diese Szene, die du ansprichst mit dem Pistolenspiel. Man hat gesehen, wie schwer es für die Leute war, jeweils aus ihrer Rolle als Eltern oder so rauszufallen und wirklich Situationen zu genießen. Für mich war das auch eine wichtige Szene irgendwie, weil man da gesehen hat, dass der Vater tatsächlich das Leben mit seinen zwei Söhnen mal für kurze Zeit genießen kann. Und ansonsten war mein Eindruck, dass die Generationen hier doch sehr nebeneinander herleben und im Grunde jeder gegen jeden kämpft. Also, die Familie wurde hier schon als Kampf aller gegen aller, fand ich, porträtiert und einen Kampf, den im Grunde so richtig niemand gewinnen kann. Das fand ich spannend und letztlich scheiterten alle. Also, die Mutter war Lehrerin zum Beispiel. Und dann hat man gesehen, dass sie dann während dem Unterricht trotzdem ist ihr Handy, dass das klingelt und dass der Schüler muss in eine Box oder der Schülerin. Also, ich fand es sehr spannend, wie hier diese Überforderung, also Familie einfach als eine starke Überforderungssituation oder als eine starke Überforderung thematisiert wurde. Das ist richtig. Man sieht auch anhand der Gegensätze. Ich sage, also zum Beispiel, der eine Sohn, der beschwert sich, dass die Eltern keine Zeit haben. So, die Mutter ist aber gleichzeitig nicht nur Lehrerin, sondern sie bewirbt sich auch für irgendeinem politischen Amt. Ich glaube, was ist denn, Bürgermeisterin oder sowas? Bin mir nicht mehr so. Also, ich glaube, für einen Gemeinderat. Oder für einen Gemeinderat, genau. Stadtrat, ja. Und sie verlangt aber von ihren Söhnen, auf der anderen Seite halt auch im Haushalt zu helfen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch zwei Kinder. Sie sind zwar jetzt noch nicht im Erwachsenenalter, sondern zehn und zwölf Jahre alt. Und bei meinem zwölfjährigen großen Sohn merke ich das auch schon, dass der anfängt, jetzt Teenagerhaft, hier gegen Mama und Papa zu bohren. Er möchte so ein bisschen rausfinden, wo die Grenzen sind. Und ich finde, das sieht man in dem Film auch sehr schön dargestellt, wie die großen Söhne doch versuchen, schon ihr eigenen Willen durchzudrücken, aber doch noch irgendwie angewiesen sind auf die Eltern selber. Ich spreche jetzt zum Beispiel diese Masterarbeit von dem einem Sohn an, die er ja eigentlich abgeben sollte, hat aber keinen Bock, die zu machen. Die Mutter schreibt ihm ein Ohr oder gibt ihm ein Thema vor und hat ihn eigentlich auch schon komplett fertig gemacht. Er sagt, nee, das will ich gar nicht, das hast du gemacht. Ich will immer meinen eigenen Kopf durchsetzen. Dann schlägt der Vater vor, du könntest doch die und die Masterarbeit machen. Dann sagt er, nö, Mama hat es ja schon getan. Ich brauche eigentlich gar nichts machen. Also diese Ausspielungen zwischen den Eltern und so, das fand ich auch sehr interessant an dem Film. Ja, und ich finde, für mich war ein Punkt, der sich durchgezogen hat, wenn man den Titel nochmal nimmt, wir Eltern, meiner Ansicht nach war der Film aus den Augen der Eltern. Also, und das finde ich nochmal ganz spannend. Man hat nämlich die Kinder auch immer als absolute Ungeheuer erlebt. Das war ja alles wahnsinnig überzeichnet im Grunde. Also, man hat das Zimmer teilweise tagelang nicht verlassen oder dann dieser große Gaming-Fernseher, der sich gekauft wurde und so. Und die Eltern haben ja fast jeden Kampf eigentlich verloren. So wurde es ja dargestellt. Und gleichzeitig gab es dann Szenen, wo man irgendwie, ich glaube, sich eine Uhr hin und her gegeben hat zwischen den zwei Elternteilen, um die eigene Beziehung zu retten. Weil man gemerkt hat, die funktioniert auch nicht. Der Job funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Und zum Ende raus fand ich, ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, aber zum Ende raus habe ich dann doch irgendwie das Gefühl gehabt, so schlimm und so schlecht ist es vielleicht doch alles nicht gewesen. Also würdest du sagen, dass der Film auch eine positive Message hat? Vielleicht, ich glaube, wir haben jetzt viel das Negative auch betont, was der Film gezeigt hat. Aber was kann man vielleicht Positives draus mitziehen? Also wie du schon sagst, ich finde auch, dass er eine positive Message hat. Und zwar, ja, diese Sicht aus den Eltern. Klar, da sind die Kinder immer diese bösen Ungeheuer. Und man sieht aber auch, dass da doch ein Zusammenhalt ist und dass man als Familie zusammenhalten soll. Und das tun die ja im Prinzip auch, auch wenn es da ein bisschen Streitigkeiten gibt. Oder meintest du ein anderes Thema, wo ich jetzt nicht gerade drauf komme? Nee, das meinte ich. Ich fand nur von der Logik, was ich spannend fand, ist genau, was du sagst, so Pubertät und so, dafür sind die ja eigentlich schon zu alt mit ihren über 20 Jahren. Und ich finde so, diese Überzeichnung der Figuren, was wird in dem Film eigentlich kritisiert sozusagen? Geht es um den Erziehungsstil der Eltern oder geht es um ein zu schlaffes Leben von jungen Menschen heutzutage? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe, was ist die Message des Filmes und worum es geht? Und ich finde, der Film hatte da ganz, ganz viel, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Es fiel mir manchmal dann auch schwer, jetzt ... Es ist halt so eine Sache bei diesem Film, weil es wird teilweise schon darauf hingewiesen, dass es früher natürlich anders war, wie ich auch eingangs schon erwähnt hatte, dass halt die Kinder früher mit 16, 17 das Haus schon verlassen hatten, weil sie Ausbildungen irgendwo in eine andere Stadt oder so hatten. Und heutzutage ist es schon so, dass Kinder ziemlich lange zu Hause wohnen, wie gesagt, als damals. Und also es wird schon gut dargestellt, wie die Unterschiede von früher und heute sind. Die Eltern, wie wir sie damals hatten, sind wir heutzutage nicht auch strengmäßig und so. Also wenn ich überlege, wie streng meine Eltern zu mir waren und wie locker, also ich sage mal locker, mit Gänsefüßchen gegenüber meinen Kindern bin, hat sich das auch schon ein bisschen geändert. Klar, obwohl der Film ja eigentlich auch zeigt, wie die Kinder gegen die, also scheinbar zumindest zeigt, wie die Kinder gegen die Älteren gewinnen. Und das finde ich, ist hier schon spannend, dass vielleicht dann noch als kleinen Spoiler, dass das im Grunde, der Film sich dann ab dem Moment wendet, wo im Grunde nicht die Kinder ausziehen, sondern die Eltern ausziehen. Ja, genau. Also das ist natürlich eine interessante Verkehrung. Also man sagt, eigentlich wollen sie die ganze Zeit die Kinder disziplinieren und dass aus ihnen was wird und wollen ihnen helfen. Sie schreiben Matura-Arbeiten vor, sowohl Papa als auch Mama. Und dann ist die einzige anscheinende Lösung, dass die Eltern ausziehen und gleichzeitig ihre Kinder mit Kameras überwachen. Das ist dann so wirklich dieser komödiantische Ansatz, den das Ganze im Grunde fährt. Und ganz am Ende, vielleicht das, um die Handlung dahingehend abzuschließen, sitzen dann ja die beiden Söhne, die beiden älteren Zwillingsbrüder auf dem Balkon am Fenster und überlegen sich, wie die Zukunft sein wird oder soll. Und das fand ich dann doch nochmal interessant, weil das hatte für mich einen totalen Bruch im Grunde, nämlich dieser Sicht der Eltern auf wir müssen alles retten und wir müssen zusammen kitten und es ist so furchtbar, hin dann zu der Sicht der beiden Söhne, die einfach diesen Glauben, irgendwie wird es schon auch weiterhin aufrechterhalten. Und ich fand es spannend, der eine Sohn will dann nach Amerika gehen, der andere will jetzt erstmal sich doch einen Arbeitsplatz suchen. Das heißt, diese Dramatik wird da natürlich auch total entschärft und diese Frage, ob wirklich alles so anders ist, finde ich, wird da dann doch nochmal aufgeworfen, weil ich das eigentlich spannend finde. Also ja, gerade in einem Land, Land wie der Schweiz, wo ja eigentlich so viele Probleme gar nicht existieren, habe ich mich zum Teil gefragt, ob diese Dokumentation nicht im Grunde wirklich eher auch eine Selbstironisierung ist. Also diese Überforderungssituation. Ja, ich vermute, da triffst du den Nagel auf den Kopf, weil das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch. So, während man den ganzen Film so denkt, ja, die Eltern, die armen Eltern und so, am Schluss merkt man dann doch an dieser Situation, an dieser Einszene, wie du gerade beschrieben hast, dass die Kinder eigentlich doch selbstständig sind und schon ihren eigenen Weg gehen werden. So. Ich finde nur den einen Fazit, wo ich hier jetzt gelesen habe, Eltern können nicht Fehler machen. Also auch Fehler sind, äh, Quatsch, auch Fehler, auch Eltern sind nicht fehlerfrei. Auf jeden Fall, das zeigt der Film sehr plastisch und auch teilweise schmerzhaft, finde ich, zeigt uns der Film das auf. Ja, genau, ansonsten, ich finde, was so Schnitte und Musik angeht, merkt man, ist das alles relativ einfach, aber wie ich zumindest finde, sehr solide gemacht. Also auch von den Soundtracks, die zum Teil so lost in freedom, lost in possibilities, also die Musik soll sozusagen diese Verwirrung im modernen Konsumkapitalismus, wie das manchmal, finde ich, da doch durchscheint, irgendwie, irgendwie aufzeigen. Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir für dich zum Fazit kommen oder hast du, hast du wichtige, wichtige Punkte, die ich noch vergessen habe? Ne, also die Punkte, die ich mir sehr notiert habe, wo mir alles sehr aufgefallen sind, die haben wir schon besprochen, wie diese Vorwürfe, Kindereltern, Beziehung und Geldmaterialien, das hatten wir alles schon besprochen. Was ich jetzt noch, jetzt gerade so, mir in den Kopf gekommen ist, und zwar, die haben doch Joints geraucht. Wie ist denn die Drogenbeschaffenheit da in diesem Land? Dürfen die das? Oder ist das, ich weiß es nicht. In der Schweiz ist relativ sicher Cannabiskonsum, glaube ich, auch verboten. Ich glaube, dass die Gesetzeslage relativ ähnlich wie in Deutschland ist, aber ich habe das jetzt auch nicht überprüft. Gut, ja, aber das ist ja nicht Kerngrund von diesem Film. Das war jetzt nur so, was mir gerade aufgefallen ist. Ansonsten, ne, haben wir alles durchgesprochen, wir könnten gerne zum Fazit. Gut, ja, also für mich hat der Film, ich fand den Film tatsächlich sehr ansprechend. Ich fand dieses Setting sehr interessant und auch, wenn man einfach berücksichtigt, dass es eine wirklich kleine Produktion ist, wo man mit der eigenen Familie so über den Ort der Familie nachdenkt, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss persönlich sagen, dass er mir streckenweise oder fast den ganzen Filmen durchgehend doch sehr stark mit Klischees und Stereotypen gearbeitet hat. Also von der Globuli gebenden Mutter hin zum völlig überforderten Vater. Das war mir teilweise zu klamaukig dafür, dass er dann doch irgendwie ernste und wichtige Themen übermittelt bekommen wollte. Ich finde, das hätte man zum Teil besser machen können, wenn ich jetzt an Filme denke, wie Polanskis, Gottes Gemetzels oder so andere Filme, die einfach die Erdrücktheit der Familie und der bürgerlichen Kleinfamilie darstellen wollen. Da fand ich, manchmal hat sich der Film ein bisschen einfach gemacht, indem er im Grunde doch eher auf diese Witzigkeit fokussiert hat und man dann doch gar nicht so stark diese Aushandlungsprozesse mitgekriegt hat. Also was es heißt, irgendwie als junger Mensch seinen Weg zu gehen oder was es heißt, Rollenkonflikte in der Familie auszutragen. Da, finde ich, blieb der Film teilweise sehr an der Oberfläche. Ich würde ihn daher eher so im Mittelfeld für mich verorten. Ich würde ihn im Mittelfeld verorten, vielleicht so bei drei von fünf Punkten. Ja, da muss ich dir also total beistimmen. Ich gehe dir da ziemlich mit, mit der Meinung. Ich fand auch, bildtontechnisch ist das eigentlich ganz okay dafür, dass es so eine, ich sage mal, eine günstigere Produktion war. Klar sind ein paar Situationen da, da ich habe schmunzeln müssen, weil ich da eine eigene Situation von mir habe denken müssen. Aber auch wie du schon sagst, jetzt ein paar Situationen oder ein paar Stellen, hätte ich gern mehr oder ein bisschen besser erklärt bekommen, wie die Sache jetzt aufgelöst wird oder wie die Psychotherapeuten oder Psychologen, wo man da kurz mal gehört hatte, die haben zwar ihr Statement dazu gesagt und auch, wie man die Sache heute und gestern geregelt hat, aber so ein bisschen mehr Tiefgang hätte ich da doch schon gesehen. Von daher sehe ich das genauso wie du. Ich würde ihn auch so im Mittelfeld einordnen. Ich hatte jetzt mir hier vorab, hatte ich mir zwei in Klammer halb also hier aufgeschrieben gehabt und würde da auch so, ich sage, zweieinhalb, drei Sterne geben von fünf. Also bin dabei. Ich würde auch sagen, dass der Film für Eltern auch gemacht, also für nicht werdende Eltern, sondern schon bestehende Eltern und die Leute, die Eltern waren, gemacht ist. Von daher. Also ein Film aus Sicht der Eltern, für die Eltern und ich glaube persönlich, dass viele Eltern sich gerade insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der Ausgangsbeschränkungen und der doch zum Teil, ja, man hat das ja verfolgt, höheren Belastungen, die da in Familien geherrscht haben, von dem Film sicher sehr angesprochen fühlen. Ich finde, der Film kommt absolut zur richtigen Zeit und wie gesagt, ich habe jetzt noch keine genauen Infos, wie es hier mit dem Kinostart aussieht, aber eigentlich 16. Juli 2020 im Kino und das wäre ja auch ein Zeitpunkt, wo man sich freuen würde, wenn man mal wieder ins Kino gehen könnte. Ich glaube, gerade wir würden das auch sehr begrüßen. Ja, genau. Dann freue ich mich und hoffe, dass wir uns bald wieder hören und ja, hoffe ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Bis dahin, Sam. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.